So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skate 2 Und ja, wir waren hier stehen geblieben, über die Müll zu entspringen und ich Ja, dass meine Skater bearbeiten, jetzt weiß ich nun nicht, wie ich die Haltung ändern kann Und ja, ich habe leicht Halsschmerzen Und nein, warte, wo ist das vor die... Nein Gar goofy, regular, goofy, regular ist normal So falsch In echt Hat er jetzt bearbeitet, oder? Warte mal Warte mal Gucken Ja doch, okay Ja, das war schon Nein! Scheiße! Okay, jetzt Jetzt machen wir erstmal die nächste Challenge, ne? Alles klar Scheiße, da müssen alle da hin Laufen Laufen Ne, äh, fahren Und ja, falls ich nicht so viel rede Ja Hab heute noch was zu tun Wenn ihr versteht, was ich meine Ne, mal ernst, ja Äh Und nicht das, was ihr meint, oder was Autsch Nicht gut, das sieht nicht gut aus Naja Auf jeden Fall Oh, nein, nicht übrigens So Ja Warte, warte Brauchen wir nichts Zeig uns den Fahrgetrickter Erst Oh, Mann, oh Ja Ich mag die voll He Kamera ist an Double Brabbel Für 60, ja Bam, huuuu Wenn ich einmal hinfliege, dann bin ich im Morsch So, einfach Yeah Hm Jo, das geht auf alle Fälle Ja, und in Schon ein paar Tagen, wo ich mir mein neues Deck Im Re- In Real- In Real- Ja, im Real- Äh Weiß grad nicht, ob ich so Das ist die neue Marke Und wird von einem Kumpel hergestellt Und Ja Und er macht echt gute Decks Ich weiß genau nicht, ob ich so Werbung machen soll Auch Hey Ihr müsst echt aufeinander aufpassen Jetzt machen wir einen Spot, oder? Auch Sorry Frau Oder Ups Ja, hallo, ich finde du wie mir im Weg stehst Die letzten sind im Skatepark, wenn ich fast auf ein Mädchen gesprungen habe Ja Ahem 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 Moment Ahem 50 50 auf dem Geländer Ja Oder einfach drüber springen Jo, gib dir mal die krassen Bücher Musst du skaten Da wusste ich nie, was ich tun soll Ziel ist, so viel zu erreichen, also Ziel ist, so viel zu erreichen, also Wenn wir erstmal ein bisschen anlaufen Ich habe keinen Plan, was ich machen soll Das wusste ich nie, als ich es zum ersten Mal gespielt habe Ich habe das nicht gemacht Autsch Machen wir einfach mal einen Double Kick Flip drauf Autsch Packen Autsch Die sehen so hässlich auch die Bücher Das ist nervvoll Machen wir einfach Jawoll Jo, du hast den Spot total beherrscht Geil Neue Location Darf ich es auch noch machen? Mal gucken, versuchen wir es Wenn nicht, dann Ja Normal, normal Normal Nö, kein Bock, hörh Ja, und das Spiel beenden Ich werde nicht abbrechen Ja, wieder Da gibt es jetzt Sport, beherrscher den Und so weiter Und so weiter Was hier so leicht aussieht, ist hier nicht Es geht nicht viel schwerer Naja, ich flieg mal viel mehr auf die Fresse Der nächste Spot, äh, nächste Aufnahmesession hier Für unser Sponsor Video H und M Ja, ha, ha, ha Künstliches Lachen Oh, das passt doch alles ganz geil zusammen Lass uns mal weitermachen Probier ein paar Mannys auf dieser Tinklage Damals wusste ich nicht, was Manny ist Weißt du, was so cool daran ist? Ich lasse dich gut aussehen Zieh dir rein, wie gut ich dich aussehen lasse Ja, scheiße Autsch Late Kickflip Okay, dann gehen wir zum nächsten Dings Oh, scheiße Ach, scheiße Autsch Haben wir was gebrochen Yeah Haben wir was gebrochen Oh mein Gott Ja Hall of me Ich bin ja das Hall of me Challenge Yay Die haben, die Hand, die Hand geworfen Gib dir das mal Wipeout sind viel cooler geworden, seit ihr seid fast Au Du kannst Bails jetzt abbrechen, jederzeit In der Luft kannst du dann sogar dein Körper steuern Du bist total abgefahren Autsch Au Oh mein Judo Dieses Mal werden auch deine Bails bewertet Es gibt zwei Regelpunkte zu bekommen Die erste sind deine Verletzung Egal ob dir ein Kopf anhaus, ein Arm brichst, ein Bein oder die Hüfte oder sonst was Je heftiger die Verletzung, desto mehr Punkte Die zweite Möglichkeit sind Dale-Bohnen Nachdem wie schnell es war, wie weit es war, wie abgefahren es war, wie crazy es war Alter, das ist fun, tu dir richtig weh Yo, wenn du auf Blut und Slams und so stehst, dann check Slappy's Blog Der hat einen eigenen Bereich dafür, die Angles of Meat Keine Ahnung, was das eigentlich genau heißt Wenn du mal total geil bist und ein schlechter Skater Der Fräscher zahlt zu überrechtlich Asche für Fotos und Videos von Slams All of me, kiddo All of me Der letzte war geil Fährt einfach mal in die Mülltonne Ah Gott, ne Grinden, oder? Monster Äh Äh, later Grinden die erste und zweite Rail Ähm, alles klar Gib dir das mal! Eike hat die Rails freigemacht Jetzt können wir sie grinden Uuuuut Hmm Alles klar, ich werde uns soweit, ne Auuuut Da hat weh getan Das hat weh getut Getutet Ne, ich bin nicht zu schnell nochmal Ja, der ging daneben Da muss ich nicht zu schnell sein Ich werde jetzt nur einen anderen versuchen Fuck, Alter Ich bin immer über die Rail Jo, das war knapp, versuch's nochmal Okay, 50-50 Oder doch nicht? Was? Ist das Ohne Ja Ja Da